Planet Radio. Jonas ist der 60-Minuten-Praktikant. Ich habe schon echt viele Einsätze gemacht als 60-Minuten-Praktikant, aber ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt davor. Thorsten, du bist Industriekletterer. Korrekt. Das heißt, du bringst Sachen in Ordnung an ganz, ganz hohen Gebäuden. Und du hast mich heute als deinen Support eingespannt. Was ist der Job heute für uns? Heute haben wir nur eine Dachrinne zu reinigen. Ja, das klingt nicht so spannend, aber wie du siehst, müssen wir da ganz oben aussteigen. Auf diese Kirche. Ich sehe gar keine Dachrinne über das Geländer steigen und bis dort runter abseilen. Ich habe weiche Knie. Mir geht es nicht so gut. Ich bin extrem aufgeregt, aber ich muss jetzt über diese Kante rüber, nicht da, diesen Kirchturm abseilen. Oh Gott. Oh Gott. Ganz ruhig. Und atme. Jetzt ist der Moment, wo ich dieses Gitter loslasse und nur noch mein Leben an diesem Seil hängt. Der Gedanke gefällt mir überhaupt nicht. Wir hängen knapp 50 Meter über Frankfurt. Ich bin, glaube ich, extrem bleich gerade. Von Wien. Aber ich habe dich dabei, Thorsten. Also ich muss sagen, wenn ich dir ins Gesicht schaue, dann geht es besser. Dann fühle ich mich sicherer. Sind wir auf der richtigen Höhe? Wir haben noch 20 Meter. 20 Meter? Ja. Aber wir haben doch einen Panoramablick. Das stimmt. Der Blick ist unbezahlbar. Da hast du recht. Ich kann ihn nur gerade nicht so richtig genießen. Achso. Und es geht weiter nach unten. So, jetzt putzen wir mal diese Dachrinne, ey. Aber wie soll ich denn jetzt? Ich habe keine Hand. Oh Gott. Gott. So. Jetzt habe ich hier ein bisschen Schmodder. Der kommt in deinen Eimer. Wuh. Also abseilen war schon blöd, ne? Aber jetzt hier in der Höhe arbeiten ist echt extrem. Aha. So Jonas, setz dich erst mal ein bisschen hin. Boah. Aufregung vertaust. Weiter abseilen. Weiter abseilen. Endlich. Ja. Alter Föde, ey. Und hinsetzt dich. Ja, ich lehne mich hier an die Wand. Wie fühlt sich das an? Ich bin so froh. Ich bin so froh, hier auf diesem Boden zu stehen. Alter, das ist so ein geiles Gefühl, endlich wieder festen, sicheren Boden unter sich zu haben. Oh, aber jetzt merke ich, was mir dieser Gurt die ganze Zeit abgeklärt hat. Jonas ist der 60-Minuten-Praktikant. Nur bei Planet Radio.